Die unbekannten Seiten der Trainerlegende geht auf Reisen. Ab dem kommenden Freitag, 27. April, ist sie bis zum 19. Mai im Roten Rathaus in Berlin zu sehen. Punkt, 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 Punkt. Mitte Juni startet die Schau in Mannheim. Punkt, 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 Punkt. Anhand ausgewählter Werke aus Herbergär rund 1500 Bücher umfassenden Sammlung wird das Leben und Wirken des Chefs aus ungewöhnlicher Perspektive in Szene gesetzt. Punkt. Im Deutschen Fußballmuseum zählte die Sonderausstellung zwischen April und Dezember 2017 über 150.000 Besucher. Punkt, 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 Punkt Bis zum nächsten Mal.